sind wir endlich da ok knallt ihr den wachmann ab wir brauchen schallgedämpfte waffen oder ich weiß nicht mal ob ich sie habe da mach ich nicht einfach oder hast du immer warte ich hab's ne das ist auch lust nein ok ich mach oh ich hab was mit schalldämpfer tatsächlich weise mach dir den rest weiter ich mach das ich fahr den wagen einfach echt jetzt wir sollen den rest machen ja warum fährst du das auto vor du spaß die da kommt ein roter wagen auf dich zu aufschluss ich frag mich wann du das letzte mal human labs gemacht hast also ich für meinen tollen hab's noch nie gemacht hab das schon so oft gemacht legen wir den fahrraum das auto lasst dir einfach ziehen es schießt keiner auf das auto aber weinst du er ist raus ne weil er die leichen gesehen hat er hat die leichen gesehen er hat den er hat den typ gesehen er hat den spieler gesehen erstens das und zweitens wir erschießen erst wenn das auto weg ist ist das klar ja was ist ey ich kann mir keine neue rüstung kaufen geil noch mal jetzt ich verstehe dich nicht André alter jetzt wollte ich doch nur der Knecht du sollst erst schießen wenn das auto weg ist aber was soll ich nicht schießen wenn ich vorher schießen will dann bist du behindert aber ich will jetzt noch mal vorher schießen alter meinung ist ja ein riesen dildo ich will aber vorher schießen jo ich hab mein normales outfit wieder ja wenn du vorher schießen willst dann guckt der Bokono Pico an und schieß da drauf alter ist mir doch wurscht worauf du schießt aber nicht auf die Wachen ist so also darf ich nicht schießen nein hat doch krass schon geschossen ganz sicher also wir haben das immer so gemacht ja den fahrer dann auch ist mir egal wie ihr das gemacht habt ja ich sei halt noobs dann wahrscheinlich hast du einfach nur ein Noob Team also wir haben das ein Versfall durchgezogen dann erstmal wenn ihr das auto abschießt wird immer eine Wache aktiviert egal ob ihr alle vier auf einmal erschießt oder nicht tja wir haben es gemacht wir haben es geschafft und was willst du jetzt sagen ja wahrscheinlich es wurde niemand alarmiert so wenn du mir jetzt nochmal wieder sprichst dann können wir doch 30 mal wieder von vorne machen von der Logik her müssten die doch schon alarmiert werden wegen dem Auto das hier steht oder oder nein wenn das Auto weg ist würde ich dir gerne auf die Wache schießen echt jetzt was ist passiert wird aufe wurde gesehen dafür das in was meinst du warum ich hinterm hügel stehe Was meinst du, um mich auf den Kügel zu stehre? Damit sich der Gegner sieht. Nee, du hast mir widersprochen, ganz einfach. Hab ich gar nicht. Er will sich nur rausreden, weil er entdeckt wurde, ja. Ich wollte gesehen werden. Du bist eins dieser It-Girls, oder? Die gesehen werden wollen. Die sich extra wenig Klamotten anziehen und dann zu jedem sagen, perverse, der sie anguckt. Ich brauche auch nichts, also ihr hättet es schon, sonst hinten Raketen fahren. Können wir uns jetzt anstrengen, bis da? Ja, okay. Meine Jungs auch um die Uhr, und um die Uhr. Als ein Typ mal knallt, hier vorne. Was und doch? Was und doch? Das ist einfach, geh auf. Renn von mir aus einmal ums komplette Gebiet rum. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Nein! Werden ja gerade geschossen, Alter. Snowball killt ja einfach. Na, äh, hat ihn doch ungelegt, um was passiert? Nö, ichs. Okay, der Truck kommt. Ich hab mein Visier direkt auf die Wache rauf. Der Truck wächst. Auf weg. Okay. Jetzt bin ich hinterm Hügel. Eigentlich dürfte der Typ mich nicht sehen. Er ist ausgestiegen. Er ist ausgestiegen, der Typ. Steckt wieder aus. Alarm? Ja, ne gute Frage, warum? Tja, Andre, deine Schuld, ne? Kannst du überhaupt irgendwas in dein Leben? Alter, warum guckt mein Typ so absolut bekifft? Alter, mein Typ guckt immer so absolut bekifft. So ungefähr so, ach fuck, die wurden schon wieder erwischt. Fuck it, Alter. Ich glaub, ich geh mich einfach prostituieren. Lass einfach dahin, wo Zählen und so stehen. Okay? Willst du mir gerade sagen, wie man das macht, oder was? Ja gut, ähm, wenn ihr dahin gehen, wo ich hingehe, dann müsst ihr in eine ganz spezielle Bar gehen. Und dort wird man euch schon ganz nett anpacken. Und ich fahr jetzt erstmal den Wagen weg, Alter, weil Andre einfach nichts kann. Der Wagen soll da stehen bleiben, Mann. Der wird da nicht gesehen. Der steht da immer. Ja, natürlich wird er nicht gesehen. Du hast nur so'n fetter Strich schwarzer Fels in der Hand, ne? Der ist auch so. Der ist aber unsichtbar, Alter. Weißt du, das ist das Batmobil. Das ist das Batmobil, fresse jetzt. Wieso schießt ihr? Ja. Ich hab' nicht geschossen. Wir müssen die alle so oder so umlegen. Ja, aber man macht es von vorne bis, von vorne nach hinten, Schwasti. Nicht von Mitte, dann hinten, dann seitwärts und dann oben und dann erst vorne. Tja, ich mach's nur mal so. Darf ich diesen roten Tank hier abschließen? Nein. Warum? Ja, Andre, bist du so verletzt? Ach so, du hast keine Rüstung. Ich bin schwarz, Alter. André ist scheiße. Siehst du denn? Das Auto sieht kein Schwein. Das sieht einer richtig aus. Okay. Äh, ich knall den Typ ab. Mach das. Ich hol den Wagen. Warum willst du den Wagen holen? Weil ich dich glücklich umfahren werde. Deshalb. So. Äh, das wurde alarmiert und er ist down. Was meinst du? Was meinst du? Was mit der Wache hier drüben? Soll ich die aber abknallen? Wir müssen alle so oder so abknallen. Mach einfach mal. Aber ich weiß nicht, ob da noch mehr Wache ist, weil das sind zwei Kreise. Ja, dann sind da zwei Wachen. Ich wollte da rufen, um den einen Typen reinzulassen. Weil ich kann halt nicht sehen, ob da vielleicht noch einer ist. Ich bin ab. Ab. Vorsichtig. Alter. Es füllt hinten rum. Ich hör Affen. Ja, da drinnen sind noch Affen. Ach so. Das war's. Was soll das denn? Ist das jetzt eine Frau oder ein Affe? Ich glaub meine Schweine zu Pistole. Äh, Jayden? Die zwei Leute da vorne, siehst du die? Am Wagen? Welchen Wagen? Welchen nennst du denn? Ach da! Ne, das ist ein Müll. Siehst du die? Ich seh so'n Typ neben dem Müllcontainer. Da wurde alle mit, ne? Ne, ne. Ich hab nur so gesehen, wie er auf dich gezielt hat. Nimm mal den Wagen, ich mach das lautlos durch. Und, und... ...dain und... ...ein... ...deißen Wachtturm oder so was, oder? Hm Da ist ein Wachtturm oder sowas, oder? Warte, 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 ich mach das! Ich kann halt nix sehen, denn ich bin geblendet. auf dem wachtturm ist wirklich jemand kannst du holen das licht blendet ein bisschen zu hart wo ist jetzt erwachtung hin warte ich versuch mal wenn er mache ich aber der typ ist doch ein idiot weise noch dass ich komme jetzt einfach runter von hier drüben ich wollte vorsicht mit zweckhoff an warte mir noch nicht Ok, ich warte nicht. Den letzten Typen nicht. Der ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? Weiß ich nicht. Warte, ich versuche mal lang zu gehen. Warte, ich mach das Papier. Aber dieser Typ, der wird so verhauen. Siehs kommt. Du musst ja einfach nur auf den Typenstellt rausschießen. Ja, er wird sich packen. Ich siehs kommt. Und ich... Sehs den Typen einfach nicht. Hab ihn. Ok. Wo war er? Er war oben. Habe ich doch gesagt. Existor komm her ja Kannst du auch nicht machen? Ok Na 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 Ach du bist doch unser Profi Hacker Du hast ja nur 20 Minuten überbraucht um die andere Mission zu hacken Halt's mal Du hast nicht gesehen wie schwer es war Ja, deswegen kann ich mich ja drüber lustig machen Weil ich es nicht machen musste Ist doch klar Genau das sollst du dich eigentlich nicht drüber lustig machen Du willst sagen Wird erst recht lieber machen Ups Warte, sag mal ist das ungefähr das gleiche Wie in der ersten Mission mit dieser blöden Schlange Nein So sagen wir das Stell dir ein Och geil Na ja ich will auf so eine Kiste sorgen Ich bin Gangster Tagleif weißt du Du bist scheißlich Aha, Andere muss neben mir sitzen Eigentlich wollte ich gerade wieder ein bisschen losfahren So, du lässt mich jetzt sofort fahren oder die Mission wird auffliegen Alter Ey Wir seien jetzt kein Alter, es hat doch jetzt keine Assis und beeilt euch Wir haben nur 3 Minuten Ja Steck ein Wir können von mir die ganze Zeit so weitermachen Steck aus Gut Alter Mein Gott, werdet du bist so ein Knechter Ja Gute Ne Falsche Tür Guter Junge Brav gemacht, hast du zwei gemacht Falsche Fahren mit anderen Spielern 200rp Auf 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 Warum ist Alarm aktiv? Keine Ahnung Harte, da kommt jetzt richtig ein Wagen Keine Keine Panik Falsche Ganz normal Wir haben nur Masken alle auf Bei deinem Fahrstil ist hier gar nichts normal Geht Das ist nur ein Fahrstil, Mann Ich dachte grad wir haben Vf... Dachte ich auch Ja, alles normal Alles normal Alle Wachen tot Alarm ist an Alles normal Oh man, ich hab so viel zur Mission beigetragen Das ist der Wahnsinn Lenn, Lenn, Lenn Los geht Jungs, Moin Alles klar Mann, die liegen da nicht umsonst Warum liegen die da? Weil er sie da gesteckt hat Wenn er sein Henze draußen hatte und das alles aus dem Fernsehkappen dann lach ich mich kurz Passt ja was, wenn es denn ist fast Ne, 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 das ist, das ist Standard, das ist normal, Alter, das gehört alles Werder, das gehört alles zu meinen späteren Best-of-Hintergrund-Geräusche Ähm Boah Halt die Fresse, Junge Warum liegt das hier? Ja, weil ich's da hier nicht hab Ja, das hab ich da ges- also ich hab gesagt, also meine Freundin hat gesagt, warum liegt das da? Du bist mir dann Freundin Ey, ja, aber danach bist du bitte nicht wieder Black Hawk Down, ja? Wenn sie nicht wieder auf der wird Black Hawk Down? Ja Leder, du Spasti, wir sind schon Über 6 Monate zusammen, Homo Ja, mit deinem anderen Schlammle warst du auch ein paar Monate zusammen Hm, nein, du Spasti Und dieser Lohr, oder wie die hieß Alter, hör auf, Junge, hör auf, Junge, das Grauen, das Grauen, Junge Ja, ist jetzt die eine Janet oder so? Nein, sie heißt jetzt die eine, weißt du, weil du ihren Namen nicht kennst Ach, so ruhig ist das Oh, geil Erstmal nen Saft trinken, nachdem die Mission so erfolgreich war Na toll Jane, du bist ein Stück Scheiß So, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich sag, äh, sorry Jane, ich meinte, better, es ist ein Stück Scheiß Was weißt du, ich steh ja so und denk mir so Oh, schöner Himmel, schöner Tag Ach, der Typ an Raketenwerfer, alles gut Kaboom Komisch, dass ihr auch noch an nichts gestorben seid, Alter Ja, ich hab überlebt, weil Gott es so wollte Du weißt schon, Gott, dieser eine Dealer André, das hättest du nicht tun sollen Das hättest du nicht tun sollen, André, das war Das war ein schwerer Fehler, du Das schnallte Drecks, hey Ja, genau, jetzt knallt Snowball mich ab Knall den Spaß die mal ab Ich muss grad vor Fuck that abhauen André, du bist ganz schön uniklich, weißt du das? Du bist sowas von tot Oh mein lieber, du bist sowas von tot Wegen deiner Dreckskarre Du bist sowas von tot Hat sich als MC-Präsident registriert, wow Wow Will dein Zigeuner-Motorrad-Club gegen mich etwa vorgehen, oder was? Ach, du weißt ja gar nicht, was für Leute ich schon alles umgelegt hab Kill mal Snowball, bitte Warum? Weil er mich gekillt hat Best Freund, Rache Oder zumindest ein perverser Typ, der immer durchs Fenster guckt, wenn ich schlafe, Rache Danke Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass Dings, ne Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass Dings mir die nächste Dings schickt Mh 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 Ah, das wirst du nicht überleben, mein Freund Ja, da, 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 da André, mein lieber, das überlebst du nicht mein Besser Ja, doch, ich leb noch Ja, jetzt noch Ah, jetzt kommt die Sache wieder Hast du grad echt mein Dings zerstört Hast du grad echt mein Auto kaputt gemacht? Hast du grad echt mein Bier getrunken? Da, Flava, Pisse drin Ok, aber dann kann ich den Laden ja ohne Probleme auskaufen Junge, übertreibt man nicht Oh nein, es sind die Cops und sie werden mich rammen Oh Gott, so Dank haben sie mich nicht gerammt, sonst hätte ich jetzt einen Stern Der Ladeninhaber raus Ich geh jetzt nicht wieder Das war ja nicht meine Absicht, du Was denn? Übel Turn off the engine in your vehicle Wow Na, kommst du auch raus? Oder traust du dich nicht, du kleiner Wichse? Ich bin grad beschäftigt, ich muss Läster anrufen Nanananananananananananananana Man, sitzt ich Nanananananananananananananananananananan Weiß, sie hat auch noch auf der Map gesehen, dass ich mich ihnen näher Wirkt ihr nicht Mal den schönen Headshot auch kommen, Alter dumm ist ja ja moin ja moin ich habe gerade lässt sagen rufen die wohl weg zu machen was ist ich komme ich komme aus meinem motorrad raus habe drei sterne warum nicht so er hat sich aber guck mal das bischöre anal aber ich bin jetzt mal einfach die aufnahme nur um zu sehen dass sie zerstört sein wird also ich trau'l nicht und wenn das herz abbriecht heb ich's verlorenes lieb